Wir haben rund 120 Mitarbeiter in der Stadtreinigung. Wir entleeren am Tag 4000 Papierkörbe. Die Innenstadt entleeren wir dreimal am Tag, also richtig dreischichtig. Wir haben 1000 Kilometer Straßennetz in Graa zu säubern und haben circa im Jahr 1.800.000 Kilogramm Kehrig. Wir halten die Stadt sauber, um der Bevölkerung eine hohe Lebensqualität gewährleisten zu können. Untertitelung des ZDF, 2020